Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen, spannungsgeladenen Folge The Last of Us Part 2 auf Trend17TV. Ja, meine Lieben, ich habe hier das letzte Mal auf dem Weg, als ich war, ich habe ja schon mal in diesem Level gespielt, habe jetzt wieder bis hierher gespielt, weil ich habe natürlich die gute Pumpgun vergessen. Waffe wechseln, kann man hier sehen, ich habe jetzt die Pumpgun, die habe ich das letzte Mal in einem der, in dem Porzellanladen, habe ich die vergessen. Und bin dann noch ein kleines Stück, habe ich wieder praktisch zurückgespielt und habe mir dann noch ein Holster dazu besorgt. Und ja, eben diese Pumpgun, also ihr habt ja jetzt nichts verpasst, ich bin praktisch jetzt in dem gleichen Abschnitt wieder wie das letzte Mal, als wir hier aufgehört haben. Und jetzt geht das hier natürlich spannend weiter. Jo, ich kann Heilung gut gebrauchen, weil das ist eben nicht so optimal gelaufen. Irgendwie waren die immer zu zweit und in Gruppen und ja, es hat irgendwie nicht so gut geklappt, wie das letzte Mal, als ich das hier aufgenommen habe. Die haben mich also entdeckt und haben mich richtig, ja, richtig platt gemacht hier. Und irgendwo rennt hier noch jemand rum. Da unten, glaube ich. Da, da ist einer. Okay. Den muss ich hier irgendwie mal herlocken. Habe ich irgendwas hier? Wo kommt der? Hat der das jetzt gehört? Ein oder zwei Peoples rennen hier auf jeden Fall noch rum. Das war nichts. Oh, da ist irgendwo jemand. Das war nichts. Wo ist die denn? Da. Okay. Kommt, die sind sowas, die drehen sich dann auch plötzlich um. Also diese People hier im braunen Ledermantel, die sind echt auf zack, das muss man sagen. Das sind hier mit die schlauesten KI-Gegner. Da ist noch irgendwo einer. Jetzt würde nämlich die Musik auch aufhören. Irgendwo schlendert hier noch jemand rum. Und das Spiel ist auch extrem geizig geworden mit Kugeln hier. Gut, jetzt habe ich eben mal wieder ein paar gekriegt. Ich glaube, da drüben. Und ihre Sinne sind auch noch nicht so wirklich geil. Gut ausgeprägt hier. Erst mal rein. Aber die Musik ist der Hammer. Es ist... Habe ich glaube ich auch schon oft genug gesagt. Das ganze Spiel ist der Hammer hier. Es ist auch gerade, wie das Licht hier einfällt. Ich freue mich zu sehen, wie das dann auf der PS5 aussieht. Oh, oh. Da sind noch mindestens zwei. Ich glaube, ich wechsle mal die Waffe. Ich habe auch keine... Ich finde keine Lappen mehr hier. Da ist Alkohol. Ich brauche unbedingt einen Lappen, damit ich mal wieder einen Schalldämpfer anfertigen kann. Hier ist wirklich nichts in dieser... Oh. Dieser Drecksgegend. Die braucht immer so lange für den Stealth-Skill hier. Okay. Oh, da kommt schon der Nächste. Oh, jetzt kann ich die nicht mehr sehen. Eine scheiß Pfeiferei immer. Okay. Oh, da sind noch mehr. Immer mit ihrer ollen Pfeiferei. Das nervt total ab. Okay. Ich wechsle mal auf die... ...andere Puste. Wir bleiben also erstmal hier unten. Mal eben gucken, ob hier noch irgendwas ist. Das ist überall dunkel hier. Da ist Alkohol. Ich brauche mal einen Lappen. Alkohol. Sind noch nicht alle weg. Wir haben immer noch welche hier vor uns. Wenn die Pfeifen, dann verständigen die sich gegenseitig. Also, so ein... ...gerissenes Volk hier. Okay. Gucken, ob da oben jemand ist. Scheiße. Hallo. Kannst du mal wieder schießen. Danke. Du bist Geistes erlöst. Tu das nicht. Doch. Wir tun das. Weil du das verdient hast. Du hast auch um mich geschossen. So, wir haben die letzten jetzt erledigt. Musik ist weg. Diesen Drecksloch endlich mal rauskommen. Das ist auch noch eine Schublade. Ein paar Teile. Wir könnten einen nehmen, ne? Den können wir... Können wir den wieder voll machen hier. Ach, was machst du denn? Du sollst doch... ...dich heilen, Mensch. Nimm doch den. Wie ging das denn jetzt noch? Ein paar Tage, die haben wir gespielt. Oh. 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 Das ist eine ganz doofe Tassenkombination hier. Da kann man sich nämlich heilen. Ich würde das nämlich gerne mitnehmen. Oh. Ich werde noch verrückt. Gehe hier raus aus diesem Drecksmenü. Da. Hoch. Pfeil hoch. Und R2. Ja. So, jetzt kann ich das nämlich mitnehmen. Sorry. So. Meine Gesundheit ist das nicht so geil hier. Da ging es nicht weiter. Haben wir, glaube ich, eben. Oder? Ja, doch. Vielleicht komme ich da rein. Ja, wir haben hier eigentlich alles durchgeguckt. Hoffe ich. Ich glaube, wir haben hier alles durchgeguckt. Diesen Drecksloch. Ja. Ist alles. Ja, alles durchgecheckt. Hier. War hier noch irgendwas? Nö. Irgendein Schreibtisch unbe... Doch, da. Oh je. Das hätte ich beinahe übersehen hier. Gut, dass wir noch mal eben geguckt haben. Da war nix drin. Aber das war noch gute Uni. Gott. Okay. Jetzt aber. Hoffen wir jetzt bitte keine... Viecher irgendwelcher Art. Fuck. Das ist wirklich gar immer nicht hier. Kaffeemaschine. Da. Drei Schuss. Okay. Was ist das hier? War klar, direkt in ein Skarlager gerannt. Oh, hier kann ich Waffen pushen. Gucken, ob wir genug 85 Teile müsste eigentlich reichen. Und für mich ist natürlich am wichtigsten die Pump. Nachladegeschwindigkeit. Stabilität. Ja, das können wir beides nehmen. Ja, leider habe ich noch irgendwo gab es noch einen Revolver in irgendeinem Zimmer. Den habe ich leider nicht gefunden und nicht gesehen. Den habe ich leider verpasst. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Hauptsache ich habe die Pumpgun. Die werden wir auf jeden Fall denke ich mal im Laufe des Spiels noch brauchen. so, 15 was haben wir dann sonst noch hier an Pillen noch irgendwas? Mal gucken. Ne, Pillen reicht auch nicht, ne? Ne, was? Da kann man noch nichts wieder machen. Sieben Pillen fehlen uns hier. Okay, erst mal die hier. Hier hinter noch was? Ne. Oh, ein Schmetterling! Auch mal was Schönes in diesem Spiel. Da war ein Stein, den können wir gut gebrauchen. Zwei Schuss, der Burner. Ja, wir sind hier immer noch auf der Mission, ähm, dass Abby ja ihren Süßen retten will. Und der befindet sich ja Oh, können wir hier jetzt runter? Glaube ja, ne? Äh. Keine Ahnung. Ich versuche das mal. Ja. Ach du Scheiße. Ah! Vier Viecher! Ach du Scheiße. Hier hat man ja überhaupt keine Sonne. Am besten da hinten rein. Hast du ja überhaupt keine Sonne hier. So, der andere. Okay, wir könnten den hierher locken. Austin, siehst du irgendwas? Nichts, alles gut. intensiviert. Der, kit? Uh. Oh. Uh. Oh. Oh. Kann ich den nicht runterkicken? Jo. Nice. Okay. Der andere hat das nicht gesehen. Da hinten schlendert jemand rum. Kommt der hier lang? Sehr schön. Jetzt stellt er sich da an die Wand. Sauber. Okay, da ist keiner mehr. Der andere Puffy hat das noch nicht gemerkt. Hier muss noch irgendwo einer sein. Da. Zwei. Vier, fünf, sechs. Ach du Scheiße. Meine Güte. Ich würde ja gerne mal ein paar auf dem Schlag erledigen. Ich habe ja hier noch ein paar Bomben. Da hätte ich echt mal Bock drauf. Dass die sich mal ein bisschen versammeln hier. Ich habe auch keine Mollis. Alles sauber. Ich muss da rüberspringen, ne? Ah, die sind nie auf dem Haufen, die Idioten. Gut. das ist aber auch brutal hat die noch was da gelassen so mein gott sind das viele aber hier mit brutalität rein kann man vergessen geht zurück geht zurück meine hau ab da ist heilung da ist noch irgendwas da kommt jetzt einer so ich glaube ich brauche eine neue waffe kein einzigen schuss bisher aber ich denke mal ganz ohne schuss kommen wir hier nicht schalldämpfer anfertigen 1 2 3 auf jeden fall eine neue nahkampfwaffe kampfwaffe nervt mich ab da ist einer wir sind hier 100 mann oder was das geht ja gar nicht auf hier okay ich schmeiß mal in der da kommt einer ich will so viel wie möglich ohne patronen natürlich machen ja hauptsache die kommen die von da da kommt jetzt nämlich auch einer da kommt einer oder da okay kommt er hier rein shit ich habe keine waffe mehr keine nahkampfwaffe wo sind die denn alle haben sie schön verstreut hier so ich glaube ich mache jetzt mal hier das dauert mir alles zu lange wir machen jetzt mal hier tabula rasa da ist einer das ist aber auch fies hier dann teilweise nimm den 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 hosten nimm den nimm den nimmung nimm den den nimm den Oh, das war's. Los! Ja, fang ich dich! So, jetzt machen wir hier Tabula Rasa. Kein Bock mehr. Alle scheiß Pfeiferei hier. Au. Der war gut. Au. Der ist gut, der Typ. Alter Schwede, der schießt aber gut. Komm her, hier. Zack. Ich schieß aber besser als du, mein Lieber. Komm, Baby. Oh. Oh. Shit. Was hat der denn gemacht? Der hat mich... Alter Schwede. Das war ja heavy. Okay, meine Lieben. Hier geht es natürlich das nächste Mal spannend weiter. Das scheint sich wohl noch ein bisschen hinzuziehen. Ja, richtig heftige Folge wieder mal. Lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Abonniert, macht reich und schön und ist immer noch kostenlos. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.